Wissen Sie genau, wie die Frische klingt? Ja, schon gar nicht schlecht. Oder so? Auch nicht übel, aber genau genommen klingt Frische so. Ja, richtig gehört. So klingt es nämlich, wenn Sie in ein Brötchen mit leckerfrischem Buko-Frischkäse beißen. Denn Buko ist sahnig-mild und nordisch-frisch. Und mit seiner ganzen Vielfalt sorgt Buko auch hier in unserem Kühlregal für ganz frischen Wind. Und mit dem Kühlregal für ganz frischen Wind.